Hi, ich bin Sandra, The Coaching Artist und heute habe ich wieder einen kleinen Ausschnitt aus meinem Kurs Ideen entwickeln für Kreative für dich und da geht es heute ganz explizit darum, was Kreativität und Originalität ausmacht und wie du beides für dich besser entwickeln kannst. Viel Spaß mit dem Video! Oft hört man in der Werbebranche einen solchen oder ähnlichen Ausruf. Das ist zu gewöhnlich, gib mir etwas Kreativeres, Originelleres und was in der Werbebranche gilt, gilt auch für uns Künstler und Illustratoren. Das heißt, du willst Werke schaffen, die sich von anderen visuell und inhaltlich abheben, die wie ein Leuchtfeuer als seltene Glanzleistung aus der Masse hervorstechen oder aus einer anderen Perspektive betrachtet. Du möchtest etwas schaffen, was noch nie in dieser Art da war, um gesehen zu werden, um etwas besser zu machen und damit erfolgreich zu sein und um dich besonders zu fühlen bzw. die Anerkennung zu erhalten, dass du als etwas Besonderes gesehen wirst. Originelle Kreativität schafft also Aufmerksamkeit und Individualität. Aber aufgepasst! Was heute als originell gilt, kann morgen schon veraltet sein. Erinnere dich nur einmal an Grafiken aus den 80ern, die die Sci-Fi-Welt von morgen ausmalten. Auch wenn diese Welten größtenteils noch nicht wahr geworden sind, es also immer nur noch Ideen und keine Realitäten sind, wirken diese Grafiken heute oft abgedroschen. Wir haben solche Darstellungen einfach viel zu oft auf ähnliche Art und Weise gesehen. Für Leute, die diese Darstellung jedoch nicht so häufig gesehen haben, werden diese Sci-Fi-Grafiken hingegen nach wie vor originell wirken, da sie von ihren gewohnten Eindrücken abweichen. Originalität ist also sowohl abhängig von der medialen Informationsabdeckung als auch vom Wissensstand des Einzelnen. Aber wie genau erreichst du jetzt diese Originalität und Kreativität? Was bedeutet es konkret, kreativ zu sein? Und was sind die Voraussetzungen? Grundsätzlich entsteht beides, Kreativität und Originalität, durch die Neukombination von Dingen. Oder anders ausgedrückt, Ideen entstehen am Grenzbereich verschiedener Wissensgebiete. Kleine Info vorab, wenn ich von nun an von Kreativität oder Originalität spreche, meine ich auch gleichzeitig den jeweils anderen Begriff, der Einfachheit halber. Der Unterschied in den Worten ist so marginal, dass wir ihn hier vernachlässigen können. Daraus lassen sich hauptsächlich drei Voraussetzungen für Kreativität ableiten. Erstens, zunächst einmal möchte ich ein Irrglauben beseitigen. Kreativität ist nur zu einem Teil genetisch vorbestimmt. Aber generell kann jeder Mensch kreativ sein. Zum Beispiel haben es Menschen, die im MBTI-Persönlichkeitstest hohe Werte beim Punkt Offenheit erzielen, natürlich leichter, da sie grundsätzlich neugieriger sind, sich schneller Wissen aneignen und oft auch niedrigere Assoziationsbarrieren besitzen, also leichter verschiedene Dinge verknüpfen können. Allerdings ist das eben nur ein Vorteil. Grundsätzlich lässt sich Kreativität nämlich trainieren wie jede andere Fähigkeit auch. Vielleicht bist du zum Beispiel nicht besonders groß, aber dennoch kannst du Basketball spielen, wenn du das möchtest. Das heißt, absolut jeder hat die Fähigkeit zur Kreativität. Du kannst dich mit bestimmten Handlungen bewusst dazu entscheiden, kreativ zu sein, genauso wie jeden Tag Sport zu treiben oder eben nicht. Oder zusammengefasst, kreativ ist vor allem derjenige, der kreativ handelt, nicht wer theoretisch dazu in der Lage ist. Ein Beispiel für eine kreative Handlung wäre zum Beispiel ein Architekt, der ein neues Gebäude entwirft und dafür Thermitenhügel studiert, um für seinen Entwurf aus den Belüftungssystemen der Natur zu lernen und Strukturen für sein Gebäude daraus abzuleiten. Und noch ein abschließender Lichtblick für die scheinbar Unkreativen. Selbst wenn du dich für genetisch total untalentiert im Kreativen hältst, kannst du kreativer sein als andere, die sich auf ihren Talenten ausruhen und nichts oder nur sehr wenig damit anfangen. Und das ist tatsächlich öfter der Fall, als du vielleicht denken magst. Um das zu erreichen und um generell kreativer zu werden, können dir Kreativitätstechniken helfen, aber dazu später mehr. Dennoch braucht es vor allem den nächsten Punkt, damit diese Techniken Wirkung zeigen. 2. Grundlage für Kreativität ist Wissen, und zwar aus unterschiedlichen Gebieten. Denn du kannst Dinge nur neu kombinieren, wenn du dich mit diesen Dingen auch zumindest zu einem gewissen Grad auskennst und Lebenserfahrung besitzt. Wo nichts ist, kann dein Gehirn auch nichts finden, selbst wenn du genetisch geringe Assoziationsbarrieren hast, also leichter verschiedene Dinge kombinieren kannst. Ohne Input, kein Output. Da helfen dir auch die Kreativitätstechniken nicht weiter. Das heißt, das Beste, was du zunächst tun kannst, ist dein Wissen zu erweitern, neue Sinneseindrücke zu sammeln und deine gewohnten Wege und Grenzen zu überschreiten. Mit den Kreativitätstechniken, die ich dir später vorstellen werde, kannst du dann dieses Wissen nutzen und neu kombinieren. Kurz, neues Erleben und neues Denken führt zu neuen Eindrücken, führt zu Kreativität und führt zu neuen Ideen. Dabei kannst du gar nicht zu abschweifend sein, wenn du dich zum Beispiel generell nur mit Kunstthemen beschäftigst. Wieso schaust du dir nicht einmal eine Dokumentation zu Physik oder anderen Naturwissenschaften an? Je gegensätzlicher ein Wissensgebiet zu deinen normalen Beschäftigungen ist, desto besser, desto mehr Ressourcen sammelst du für spätere Projekte. Auch wenn du jetzt denkst, dass dir das erstmal nicht viel nützen wird, glaube mir, oft entstehen die besten Ideen durch die unscheinbarsten Handlungen. Ein gutes Beispiel dafür ist Steve Jobs, der 2005 vor den Absolventen in Stanford seine berühmte Rede über seine Schlüsselerlebnisse im Leben hielt. Eines dieser Erlebnisse war ein Kurs, den er nach Abbruch seines Studiums besuchte. Eigentlich hatte Jobs sich bisher nur für Physik- und Literaturseminare interessiert, aber in diesem neuen Kurs entdeckte er seine Liebe zur Kalligrafie und zu schönen Schriften. Jobs sagte selbst dazu, Ich habe etwas über die Serifen betonte und serifenlose Schrift gelernt, über die Variation des Abstandes von verschiedenen Buchstabenkombinationen und ich habe gelernt, was Typografie so großartig macht. Es war wunderschön, historisch, künstlerisch, auf eine Art und Weise, wie es die Wissenschaft nie sein kann. Und ich fand es faszinierend. Und gleichzeitig auch, Nichts davon hatte auch nur im Entferntesten einen praktischen Nutzen in meinem Leben. Doch zehn Jahre später kam ihm dieses Wissen tatsächlich zu Hilfe, als er am Design des ersten Macs arbeitete und schließlich den ersten Computer mit grafischer Benutzeroberfläche und innovativen Design auf den Markt brachte. Der Rest ist, wie du weißt, Geschichte. Was heißt das für dich? Natürlich solltest du nicht verkrampft versuchen, dich zu verändern oder dich für Dinge zu interessieren, denen du partout nichts abgewinnen kannst. Bist du unmotiviert, neue Dinge zu lernen oder nach Ideen Ausschau zu halten, klappt es auch nicht mit dem Kreativsein, klar. Aber meistens werden die Dinge interessanter, als sie zunächst erscheinen, wenn man ihnen nur einmal die Chance dazu gibt. Sei es durch das Schauen einer kurzen Dokumentation oder YouTube-Videos, durch Lesen eines Buches oder wie bei Jobs, durch das Besuchen eines neuen Kurses. Schließlich brauchst du als letzte Voraussetzung, um kreativ zu sein, auch noch eine gewisse Begrenzung und Struktur. Klingt vielleicht erst einmal kontraproduktiv, ist es aber nicht. Du kennst es sicherlich. Angenommen, ich sage dir, zeichne bitte etwas. Dann wirst du dich bestimmt erst einmal fragen, ja, was soll ich denn genau zeichnen? Vermutlich verspürst du einen Widerstand und in deinem Kopf rattert es. Natürlich willst du mir Originalität und dein Können beweisen und saugst dir mehr oder weniger krampfhaft etwas aus den Fingern. Am Ende bist du aber wahrscheinlich unzufrieden, weil du deinen Ansprüchen nicht gerecht werden konntest und auf ein Zeichenthema zurückgegriffen hast, welches du bereits kanntest. Leider gar nicht originell. Die Entscheidungsfreiheit engt dich also mehr ein, als dass sie dir nützt. Komplett freies und ungelöstes Denken, wie es in manchen Brainstorming-Sessions gefordert wird, führt zwangsweise zu Überforderungen und schlechten Ideen. Kreativität bedeutet zwar, ja, Wissen neu zu vernetzen, aber damit du das tun kannst, muss dein Kopf zielgerichtet nach Lösungen suchen können. Das heißt, wenn deine Aufgabe oder dein Projekt zu vage formuliert ist, machst du es dir selbst unnötig schwer. Suche oder nutze stattdessen konkrete Problemstellungen. Wenn ich dich jetzt zum Beispiel bitte, zeichne mir bitte einen Dolch, der einen Assassinen-Charakter in einem Fantasy-Spiel zum schnellen Angriff verwendet. Dann kommen dir doch sicherlich erste Bilder anstatt weite gedankliche Lehre wie zuvor, oder? Und von diesen ersten Gedanken kannst du dann deine Ideen viel besser weiterentwickeln. Ich hoffe, auch dieser Ausschnitt hat dir wieder gefallen. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann bitte hol das nach, abonniere diesen Kanal, gib dem Video einen Daumen nach oben und aktiviere im besten Fall auch die Glocke, dass du keines meiner zukünftigen Videos verpasst. In diesem Sinne, stay tuned und bleib kreativ!